Nachhaltiges Handeln und Förderung von erneuerbaren Energien sind ein zentrales Anliegen für uns. Darum setzen wir uns als E-Bell gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden für eine lebenswerte Zukunft ein. Unser Engagement für das Baselbieter Energiepaket unterstreicht die Anstrengung. Das Baselbieter Energiepaket ist eine Erfolgsgeschichte. Jedes Jahr werden im Baselbiet dank dem Energiepaket rund 510 Bahnwagons gefüllt mit Heizöl eingespart. Das entspricht einem 12 Kilometer langen Zug. Und dieser Zug wächst täglich weiter, danke Ihnen. Bei dem neuen Energiepaket, das seit Mai 2020 in Kraft ist, werden Baselbieter Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer noch besser beim Einsparen und bei ihren Investitionen in erneuerbare Energien unterstützt. Da helfen wir als E-Bell natürlich gerne mit. Verfolgen zum Energiepaket, zu Themen wie Strom, Wärme oder Telekommunikation sind wir immer für Sie da und Sie dürfen sich an uns wenden. Jetzt sanieren und profitieren und vor allem bleiben Sie gesund.